Kapitel 10 Ich schlage meine Augen auf und muss erst ein paar Mal blinzeln. Das Licht ist nicht wirklich hell, nur eine kleine Lampe neben mir ist an. Ich drehe langsam meinen Kopf und bemerke ein Kabel an meiner Backe. Ich schiele leicht nach unten und sehe, wie das Ding um mein ganzes Gesicht geht. Es steckt in meiner Nase und ich spüre es hinter meinen Ohren sitzen. Adam, Blake, Baby. Baby. Bilder schießen durch meinen Kopf. Mein Baby ist tot. Meine Hände fahren zu meinem Bauch und tasten ihn ab. Er tut weh, aber es fehlt etwas. Es fühlt sich nicht mehr wie vorhin an. Vorhin? Seit wann bin ich überhaupt hier? Und wo ist Blake? In meiner Armbeuge ist so etwas wie eine Spritze mit einem Kabel zu einem Tropf. An meinem Zeigefinger steckt wieder so ein komisches Ding, das ein bisschen wie eine Wäscheklemmer aussieht. Die Türe geht auf und eine ältere Frau kommt herein. Sie ist ein bisschen rundlicher, aber sie sieht nett aus. Die Nachbarn beschreiben ihn als nett und hilfsbereit. Adam, ist er tot? Ist er auch hier im Krankenhaus? Ich merke erst jetzt, wie die Frau die ganze Zeit schon redet. Wo ist Blake? Unterbreche ich sie. Meine Stimme kratzt und ist rau. Sie stoppt und hebt eine Augenbraue, wie wenn sie mich dafür schimpfen möchte, dass ich sie unterbrochen habe. Ich werde ihn holen, säuft sie und schließt die Tür hinter sich. Mein Baby ist tot. Es ist wirklich tot. Am Anfang wollte ich es nicht und als ich es endlich liebte, wird es mir weggenommen. Es war mein Baby, meins. Die Tür geht wieder auf und Blake steht vor mir. Er setzt sich zu mir auf die Bettkante und streicht über meinen Kopf. Du bist ja schon wach, flüstert er. Nein, wo ist mein Baby? Es ist weg, oder? Ich spüre es nicht mehr. Es tut mir wirklich leid, Mary. Die Verletzungen waren zu stark, aber weißt du was? Dein Baby ist jetzt da oben bei deiner Mom und sieht genau wie sie auf dich runter, okay? Es ist trotzdem noch da, bei dir. Tränen rollen meine Wange runter und ein Schluchzen entfernt mir. Mom passt schon auf das Kleine auf. Da oben hat das Kleine es gut. Ihm wird es gut gehen. Blake streicht meine Tränen weg und küsst meine Stirn. Ich bin immer für dich da, okay? Ich nicke ihm zu. Ich weiß, dass er immer da ist. Wie lange war ich weg? Nicht lange. Gestern Abend gegen 18 Uhr ist... Naja, ist alles passiert und jetzt haben wir 7 Uhr morgens. Du solltest eigentlich noch länger schlafen. Ein kleines Lächeln stiehlt sich auf meine Lippen. Da ist er wieder, mein Blake. Ich durfte ausnahmsweise mit in den OP. Dein Fuß muss in nächster Zeit geschont werden. Du hast einen Bänderiss und wirst mit Krücken laufen müssen. Die Platzwunde am Kopf wurde genäht und sonst... ziemliche Schrammen und Blutergüsse, die aber bald weg sein werden. Hört sich ja noch einigermaßen gut an, im Gegensatz zu der Tatsache, dass ich mein Baby verloren habe. Blake, ist... Ist Adam... Ist er hier? Ich muss es einfach wissen. Wenn er wirklich überlebt hat, bringe ich ihn eigenhändig um. Er soll genauso leiden wie ich die Jahre und vor allem wegen meinem Kind. Es ist alles seine Schuld. Nein, er hat die OP nicht überstanden. Er hat wegen dem großen Blutverlust einen Herzinfarkt bekommen. Die Ärzte konnten nichts mehr tun. Dieser Wichser hätte einen viel schlimmeren Tod verdient. Er ist tot. Er kommt nie wieder. Er kann und wird mir nie wieder wehtun. Ich bin frei. Ich bin wirklich frei und muss keine Angst mehr haben. Er ist weg. Ich atme tief ein und schluchze alles wieder raus. Er ist weg. Ich bin frei. Die Zeit vergeht, wie mir vorkommt, viel zu schnell. Blake hat sich zu mir ins Bett gelegt, während ich geweint habe. Er hat nichts dazu gesagt. Kein Wort. Als die Schwester von vorhin wieder reinkommt, würde ich am liebsten genervt aufstöhnen. Ich will einfach nur mit Blake alleine sein. Mehr nicht. Ohne, dass etwas Schlimmes passiert. Oder uns jemand stört. Nur ein einziges Mal. Wie geht es dir, Mary? Lächelt sie. Gut. Damit habe ich es doch eigentlich auf den Punkt gebracht. Sie zieht schon wieder die Augenbraue nach oben. Ich will einfach nur, dass sie geht. Ich muss deinen Verband wechseln und die Infusion entfernen, okay? Sie zieht die Decke, die über mir liegt, einfach weg und holt Sachen aus dem Schrank gegenüber von mir. Können das nicht Blake machen? Bitte ich. Mary. Bitte. Pflege ich ihn an. Sie soll gehen. Jetzt. Die Schwester schnauft genervt und rollt mit den Augen. Aber sie geht. Also kann es mir egal sein, was sie über mich denkt. Geht's dir wirklich so gut? Kann ich eigentlich fast nicht glauben. Du warst ziemlich unhöflich zu ihr. Blake zieht seine Augenbraue nach oben. Nicht er auch noch. Ist das etwa so ein Trend, seine Augenbrauen hochzuziehen? Wechsel einfach den Verband, okay? Was ist los mit mir? Wieso bin ich gerade zu jedem so unhöflich und so... so zickig? Ich kann's mir selbst nicht erklären, aber mein Körper macht einfach, was er will. Ich will nicht so zickig sein, aber irgendein Gefühl sitzt in meiner Brust, das sich anfühlt, als schnüre es mir die Brust zu. Und das Gefühl soll weg. Er hält den Verband und wieder so eine komische Schere in den Händen und startet meine Augen. Weißt du was? Ich mach's selbst, schnaufe ich. Ich zieh meinen Fuß näher zu mir. Es tut höllisch weh, aber das ist mir egal. Ich reiße die Klammern weg und zieh an dem Verband, bis er fast reißt. Ganz ruhig, okay? Blake legt seine Hände auf meine. Ich sehe erst jetzt, wie sie zittern. Was ist los mit mir? Schreiche in meinem Kopf. Er setzt sich an die Bettkante und schneidet den Verband vorsichtig auf. Darunter kommt mein Fuß zum Vorschein, der ziemlich dick und blau aussieht. Nachdem er ihn gewechselt hat, die Infusion und die komische Wäscheklammer weggemacht hat, sitzt er wieder auf meiner Bettkante und starrt mich wieder an. Was? Wieso starrt er so? Geht's dir wirklich gut? Also ich meine jetzt so von den Umständen entsprechend. Er räuspert sich einmal. Den Umständen entsprechend? Du kannst ruhig aussprechen, dass mein Baby tot ist. Egal was du sagst, es wird trotzdem nicht plötzlich wieder anfangen zu leben. Sag mal, was ist los mit dir? Ich mein's doch bloß gut mit dir, ich kann doch nichts dafür. Den Schmerz in meinem Kopf ignorierend, schmeiß ich mich wieder zurück in die Kissen und ziehe die Decke über meinen Kopf. Wieso bin ich so zu Blake? Er kann am wenigsten dafür. Genauso wie die Krankenschwester und trotzdem motze ich die beiden an, als wären sie in allem schuld. Ich ziehe die Decke ein Stück nach unten und murmel ein Tut mir leid hin. Das Gefühl in meiner Brust bleibt trotzdem irgendwie. Mary, willst du mit jemandem reden? Ich meine, mit jemandem, der dir wirklich helfen kann, das alles hinter dir zu lassen. Ein Psychiater? Du willst mich in die Psychiatrie stecken? Ich verschränke die Arme vor der Brust und sehe ihn durch zusammengekniffenen Augen an. Er denkt, ich bin krank. Nein, nein, oh Gott, nein. Ich meine jemanden, der ein paar Mal die Woche zu uns kommt und mit dem du reden kannst, lächelt er. Ich kann doch auch mit dir reden, schnaufe ich. Natürlich kannst du, immer. Aber ich habe selbst Angst, dass dir das nicht reichen wird, dass du mir nicht erzählen willst, wie es dir wirklich geht, verstehst du? Es ist trotzdem deine Entscheidung. Ich zwinge dich zu nichts, versprochen. Aber bitte überlege es dir, okay? Ich verspreche, ich schicke dich nirgends hin und zwinge dich zu nichts. Ich lasse mir seine Sätze zuerst in Ruhe durch den Kopf gehen. Will ich mit jemandem reden? Einem Mann? Oder einer Frau? Was rede ich da mit ihr? Muss ich denn etwa auf einem Sofa liegen und ihm meine Probleme erzählen? Nein, eigentlich nicht. Den Leuten kann es egal sein, wie es mir geht. Oder? Was, wenn ich danach immer noch Albträume habe? Ich zweifle irgendwie daran, dass er jetzt tot ist und meine Albträume plötzlich aufhören. Ich kann es mir nicht vorstellen. Blake, wir sind doch schon in Kanada, oder? Na klar, lächelt er. Ich möchte heim. Ich meine, richtig heim. Zu dir. Am besten jetzt. Mein Hals bekommt schon wieder ein Kloß im Hals. Mary, wir sollten noch ein paar Tage warten, okay? Du bist noch nicht ganz gesund und ich will nicht riskieren, dass du auch noch krank wirst. In ein paar Tagen können wir heim. Er versucht, alles schön zu reden. Aber das interessiert mich nicht. Ich will hier weg. Aber weiß Blake überhaupt von der Sache mit Mom und Adam? Ich glaube, noch niemand weiß davon. Wie denn auch? Lacht eine Stimme in meinem Kopf. Adam ist tot und du hast auch mit niemandem gesprochen. Wenn er schon nicht heim will, gehe ich eben alleine. Ich schlage die Bettdecke zurück und werfe meine Beine über die Bettkante. Ein scharfer Schmerz, der mich aufstühlen lässt, fährt durch meinen Fuß. Den habe ich ganz vergessen. Kannst du mir mal sagen, was du vorhast? Du solltest liegen bleiben, meinte Blake. Das Einzige, was in meinem Kopf bei seinen Worten ankommt, ist bla bla bla. Mehr nicht. Soll er doch selbst liegen bleiben. Ich will hier weg. Jetzt. Mein Kopf fängt an, sich zu drehen, als ich stehe. Und ich glaube, mein Fuß stirbt gerade ab. Aber mir egal. Ich bemerke erst jetzt, wie ich wieder eins von diesen Krankenhaushämmchen anhabe. Ich laufe auf eine Tasche zu, die gegenüber von meinem Bett auf dem Tisch steht. Ich vermute, oder besser gesagt, ich hoffe, meine Kleider darin zu finden. Ich reiße den Reißverschluss auf und finde meine Sachen Gott sei Dank darin. Das Anziehen ist mir, glaube ich, noch nie so schwer gefallen. Ich kann meinen Fuß für die Jeans kaum anheben. Und als ich die enge Hose überstreife, beiße ich mir auf die Zunge vor Schmerz. Als ich mich umdrehe, lehnt Blake mit überkreuzten Armen am Bett und starrt mich an. Ich würde wirklich gerne wissen, was er in diesem Moment denkt, dass er mich so ansieht. Ich schnaufe laut über, kreuze meine Arme genauso und lehne mich gegen den Tisch. Was? Zische ich. Was ist im Haus passiert? Ich kann wirklich verstehen, dass du es alles andere als leicht gerade hast. Aber du kommst mir einfach anders vor. Bist du wütend auf mich? Oder auf Adam? Du kannst es mir sagen, Mary. Was soll schon passiert sein? Adam war plötzlich da, schlägt mich. Ich schlage zurück. Er schlägt mich wieder. Ihr kommt, Adam stirbt und fertig. Er ist tot. Also ist doch alles gut gelaufen. Zische ich. Langsam denke ich, ich bin der Drache, der Feuer spuckt. Eigentlich habe ich Ashley immer so bezeichnet, aber ich glaube, im Moment bin ich der böse Drache. Gut, wenn du nicht reden willst. Okay. Ich seufze auf. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann es dir noch nicht erzählen. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Lass uns einfach nur heim. Bitte, flehe ich. Ich will hier weg. Jetzt. Er schließt die Augen und massiert seine Schläfen. Er seufzt laut und hebt ergebend die Hände. Na gut. Aber du musst unterschreiben, dass du auf eigene Verantwortung hier raus willst. Und beschwer dich ja nicht über Schmerzen nachher, warnt er mich. Aber ich sehe, wie sein Mundwinkel dabei zuckt. Als er auf die Tür zuläuft und mit meinem behandelnden Arzt reden will, höre ich noch, wie er sich selbst schnuscheln fragt, wieso er sich auf so etwas überhaupt einlässt. Weil du mich liebst, sagt meine Stimme im Kopf. Ich hoffe doch, er liebt nicht. Er hat es bis jetzt immer noch nicht wirklich gesagt. Zwei Tage später geht es mir so schlecht wie schon lange nicht mehr. Blake und ich sind wieder in seinem Haus. Slogan und Austin sind immer noch bei ihren Eltern, aber ich weiß, dass sie die nächsten Tage nachkommen. Als wir schon am Flughafen waren, kam Caroline noch extra, um sich zu verabschieden. Sie hat geweint und mich förmlich angebettelt, sie bald wieder zu besuchen. Ich habe nicht Ja gesagt. Ich habe ihr angeboten, zu uns zu kommen, was ich für besser halte. Als ich mich im Bad im Spiegel ansehe, erschrecke ich mich innerlich vor mir selbst. Ich habe dunkle Augenringe unter den Augen und bin immer noch so bleich. Eine gute Sache gibt es trotzdem. Ich hatte keine Albträume. Keinen einzigen. Was daran liegt, dass ich seit unserem Rückflug nicht mehr geschlafen habe. Sobald Blake immer eingeschlafen ist, drücke ich von ihm weg und stache die Decke an oder sehe dem Schnee draußen zu. Ich habe Angst, dass ich ihm vor Wut wehtun könnte. Meine Brust fühlt sich seit Tagen wie zugeschnürt an. Ich denke immer, ich bekomme keine Luft, weil so viel Wut in mir steckt. Und ich weiß nicht mal genau, auf wen ich sauer bin. Bin ich sauer auf Adam, weil er mir das angetan hat? Oder sauer auf Mom, weil im Prinzip alles ihre Schuld war? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auch auf beide. Beide haben schlimme Dinge getan und beide sind tot. Keinem kann ich sagen, was ich über sie denke. Keiner bekommt eine gerechte Strafe. Beide haben etwas Schlimmes getan und sind tot. Mein Baby hat überhaupt nichts Schlimmes getan und es ist tot. Hey Süße, wieso schläfst du nicht? Blake kommt gähnend ins Bad. Er sollte nicht wach wegen mir sein. Er braucht genauso Schlaf, es ist mitten in der Nacht. Ich wollte nur etwas Wasser aus dem Hahn, lächle ich. Selbst ich merke, wie falsch mein Lächeln aussieht, aber ich hoffe einfach, er glaubt mir. Aha. Wieso sagst du mir nicht einfach, dass du nicht mehr schläfst? Verwillst du wissen, ob ich schlafe oder nicht? Man sieht es dir an. Und jedes Mal, wenn ich nachts aufgewacht bin, lagst du auf der anderen Seite vom Bett und hast aus dem Fenster gesehen. Du kannst mich nicht anlügen. Ich kann einfach nicht mehr schlafen. Meine Brust, sie fühlt sich an, als ob sie jede Minute explodieren würde. Ich werfe meine Hände an den Kopf und reiße verzweifelt an meinen Haaren. Wut? Ich schließe die Augen und nicke seufzend. Erzähl's mir. Oder willst du mit einem Psychologen reden, Mary? Ich mache alles, damit es dir wieder besser geht, aber lass mich an dich ran, bitte. Nein, kein Psychologe. Ich will niemanden fremden hier. Ich schnaufe und humpel zurück ins Bett. Ich setze mich auf den Bettrand und knete meine Finger. Ich höre, wie Blake das Licht im Bad ausmacht und sich hinter mich setzt. Er zieht mich zwischen seine Beine und legt sein Kinn auf meinen Kopf. Mom hat sich Geld von Adam geliehen, flüsterte ich. Deine Mom? Wann? Und warum? Ich zucke mit den Schultern. Warum leiht man sich von jemandem Geld? Weil man keins mehr hat. Wir waren pleite. Ich habe im Haus viele Ordner gefunden mit Überweisungen. Ich wusste erst nicht, was die sein sollen, bis ich Adams Namen gelesen habe. Über ein Jahr hat er mehrere Beträge Mom zugeschickt. Im Haus, als Adam plötzlich da war. Ich habe ihn gefragt, warum Mom ausgerechnet Geld von ihm wollte und warum er mich dann genommen hat. Er hat gesagt, weil Mom nicht mehr zurückzahlen konnte und irgendetwas als Entschädigung bräuchte er ja. Mom hat also gewusst, wo ich war oder zumindest bei wem. Und sie hat nichts gemacht. Blake sagt kein Wort dazu. Ich weiß nicht, ob er genauso sauer ist oder einfach nur schockiert. Er hat sie umgebracht. Er sagt, es wäre Zufall gewesen, sie in der Stadt zu sehen. Er hat gesagt, dass niemand ihn verarschen könnte. Und seit dem Tag im Haus, ich habe so eine Wut in meiner Brust. Und ich weiß nicht, wie ich die loskriegen soll. Weil niemand kann ungeschehen machen, was meine Mom oder Adam gemacht haben. Lange Zeit sagt keiner von uns beiden ein Wort. Seine Arme liegen um mich herum und streicheln meinen Bauch. Ich lege absichtlich meine Hände nicht auf seine, weil ich Angst habe, zu fest zuzukrallen. Ich habe schon einige Abdrücke von Fingernägeln an meinen Händen und Armen. Ich habe nie gespürt, wie fest ich reindrücke. Ich weiß nicht, ob dir die Idee gefallen wird. Aber ich hätte einen Weg, bei dem du deine Wut vielleicht loswirst. Ich drehe meinen Kopf nach hinten und merke, wie ich eine Augenbraue nach oben ziehe. Nicht ich auch noch. Ich sehe ihm fassungslos zu. Ein Boxsack? Sein Ernst? Er hat mich runtergetragen und auf dem Sofa abgesetzt. Dann ist er im Keller für einige Minuten verschwunden, bis er plötzlich mit diesem Riesending hier auftaucht. Jetzt hängt er ihn gerade vor mir an die Decke. Ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir zwei Handschuhe in die Hand, die aussehen wie die eines Riesen. Du kannst so viel schlagen, wie du willst. Schlage, kratze oder beiße von mir aus zu. Dem tut es nicht weh. Du erwartest von mir, meine Wut an einem Boxsack auszulassen? Ist das dein Ernst? Ein kleines Grinsen schleicht sich sogar auf meine Lippen bei der Vorstellung. Aber komischerweise bleibt er diesmal total ernst. Stell dir vor, dass hier wäre Adam. Oder deine Mom. Wirf ihnen alles an den Kopf, was dich stört. Schlag zu, so wie du es getan hättest, wenn du ihnen noch gegenüberstehen würdest. Er meint das wirklich ernst. Ich weiß nicht, das ist total besch... Tu's! Glaub mir, so ein Boxsack hält jede Wut aus. Lass alles raus. Ich stehe immer noch unschlüssig dran, ziehe aber langsam die Handschuhe über. Ein Grinsen stiehlt sich auf Blakes Gesicht, das mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst einjagt. Ohne etwas zu sagen, stoße er den Boxsack in meine Richtung. Ich schreie auf und schubs ihn geschockt sofort wieder in seine Richtung. B-bist du verrückt? Blake fängt den Boxsack locker mit seiner Hand und grinst immer noch. Du willst deine Wut loswerden. Wir könnten auch immer noch zum Psychologen oder du könntest auch auf mich einschlagen, wenn es dir denn besser geht. Langsam glaube ich, du wärst wirklich besser zum Draufschlagen, lächle ich zuckersüß. Innerlich aber könnte ich ihn gerade umbringen. Tu dir keinen Zwang an, lächelt er. Er steht wirklich vor mir und erwarte allen Ernstes, dass ich ihn schlage. Gut, soll er haben? Ich trete auf ihn zu und lächle ihn immer noch an, als wäre ich das unschuldigste Mädchen der Welt. Ich hole aus und treffe ihn mitten auf seinen Oberarm. Aber als er nicht mal zusammenzuckt, könnte ich aufschreien. Er grinst sogar noch. Er schubst mich vorsichtig wieder in die andere Richtung und lässt den Boxsack los. Ich kneife die Augen zusammen und hoffe einfach, dass ich ihn treffe. Als meine Hand trotz Handschuhe anfängt zu schmerzen bei dem Aufprall mit dem Sack, baise ich mir auf die Zunge. Ich öffne meine Augen und sehe, wie er schon wieder auf mich zufliegt. Und als ich weiter auf ihn einschlage, bemerke ich sogar, wie es irgendwie Spaß macht. Bei jedem neuen Schlag sehe ich Adams Gesicht vor mir, wie er mich auslacht und seine Hand hebt. Und ich schlage zurück. Ich bin stärker als er. Ich besiege ihn. Ich sehe, wie er blutet und um Gnade bettelt. Genauso wie das Gesicht bei meiner Mom. Ich sehe sie auf dem roten Stoff vom Boxsack um Gnade betteln. Wie sie sich immer wieder entschuldigt. Aber ich sehe ihr an, dass sie es nicht ernst meint. Sie wollte ihre Haut retten. Mehr nicht. Keuchend singe ich auf meine Knie und lache. Ich lache, weil ich sie besiegt habe. Niemand ist unbesiegbar. Mein Lachen verwandelt sich immer mehr in Schluchzen. Meine Wut ist weg. Ich kann endlich wieder frei atmen. Aber was mir davon bleibt, ist Enttäuschung. Was habe ich getan, dass mir Gott so etwas antut? Ich kenne meinen Vater nicht, musste Adam ertragen. Finde meine tote Mom und muss dann so etwas über sie erfahren. поч установieren wir es. Wer Herrn GemeCT. Please können unserstellen. Untertitelung des ZDF, 2020